Das Tool Padlet, zu dem ein kostenloser Benutzeraccount durch die Lehrerin oder den Lehrer angelegt werden muss, lässt sich am ehesten mit digitaler Metaplanarbeit beschreiben. Die Lehrperson bereitet Arbeitsaufträge und Materialien im Padlet vor und stellt dann über QR-Code oder Link dieses Padlet der Lerngruppe zur Verfügung. Diese kann dann einzeln oder in Gruppen an jedem Endgerät, PC, Mac, Tablet, Smartphone, direkt in das Padlet schreiben und die Ergebnisse zur Verfügung stellen. Andere Gruppen sehen die Ergebnisse und können über die Kommentarfunktion darauf Bezug nehmen. Konkret wurde in dieser Lerneinheit die Planung des gesamten Unterrichts samt Bereitstellung der Arbeitsaufträge und des Materials in dieses Padlet ausgelagert. Hervorzuheben für den Musikunterricht ist, dass Audio- und Videodateien leicht eingebunden werden können und direkt aus dem Padlet anzusehen sind. Die Aufgaben werden dann direkt in einem der eigenen Posts bearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler diskutierten, ob es gerade gut ist, dass man die Bearbeitung der anderen Gruppen mitlesen kann oder ob dadurch das Abschreiben begünstigt wird und die Meinungsvielfalt auf der Strecke bleibt. Die Einstellungsmöglichkeiten sind vielfältig. Ich verwende hier das Grid-Format, aber es sind auch andere Darstellungsformate denkbar. Auch die Form der Posts und Kommentare sind sehr variabel gehalten. Die Schülerinnen und Schüler kommentierten, man hat viele Informationen auch von anderen Gruppen richtig gut im Überblick. Außerdem können wir uns vorstellen, dass ruhige Schülerinnen und Schüler hier einen leichteren Weg zur Kommunikation haben. Für das Fach Musik war es gut, dass man sich musikalische Videos auch ohne die Klasse und wiederholt anschauen konnte und dies auch von zu Hause aus zugänglich ist. Der kostenlose Benutzer-Account limitiert die Anzahl der Padlets leider auf drei pro Account. Untertitelung des ZDF für funk, 2017